jetzt darfst du auch mitspielen ich will das kack Passwort eingeben steht doch zum Glück im Channel er ist raus, sagt er ok, schade Tim naja, dann beim nächsten Mal jetzt gibt's aufs Maul und es kommt noch härter oh, Dirk ist da da, die da, du Dirk ne, ne, ich muss den Scheiß wieder loaden hä? ein Mikro-Lag hat den auch grad leck, ja ach so, ne, warte, wenn ich hier rum ach ne, ich muss da aber wieso musst du die mal runterladen, die hatten standardmäßig dabei blueborder.vtf ach so, ok, dann sind das irgendwelche ja, das dauert nicht mehr was das darfst du nicht so offensichtlich machen das darfst du nicht so offensichtlich machen du bist so offensichtlich, ich wollt mal seh ich seh die gar nicht fliegen, das Ding dann geh ich jetzt lieber in deinen Channel und flame da rum ist ja nix neues aber du kannst du jetzt noch mal gucken ob die ganzen Workshop-Inhalte aktualisiert wurden eigentlich kann das nicht sein dass du das noch mal alles runterladen musst ja, aber mehr wie bei Gary's Mod also im Steam da drauf zu die Webseite zu gehen ja, auf der Steam Webseite ja, auf der Steam Webseite hör doch auf hör doch auf ne, ich fang erst an ne, ich fang erst an das spricht aber nicht für dich zack 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 ziemlich zügig hm das sieht aus ii, endlich sagt's mal jemand Frechheit bum 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 von mir hab ich noch keinen gesehen warum willst du das wissen? weil ich's einfach Interesse halber wissen wollte und wer schießt auf mich? wenn du denkst, dass sich das vielleicht gar nichts angeht ja ok, dann geht's mir nichts guck mal was von Datenschutz gehört Freundchen hm was machst du denn hier in der Ecke, Danny? stehen warten der kackt bestimmt in die Ecke wieder auf das was kommt in die Ecke ein Kacko ja ist ja witzig entschuldig au ich wollte gerade über seinen Kopf werfen und dann bleibt er aufkleben au das war nicht nett au gut, dann weiß ich jetzt was Plasmakranaten machen sehr schön das ist schön ja, wir erzeugen ein Plasma offenbar Arschloch Arschloch sagen hat Scheibold richtig getroffen ja offenbar was? hab ich überhaupt nicht hä, warum soll ich das haben? ja äh ich habe kein Hai eins Merci who du 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 mierda Traitor? Nein. Nein? Ich kann nicht... Was war das denn gerade? War das ein Triple Kill oder was? Ja, natürlich. Drei auf ein Streich. Wie geil. Hass. Mit der Arschbacke spiele ich nicht mehr zusammen. Nee, ich auch nicht. Lass ihn uns rausmobben. Ich hab jetzt nur auf Danny gewartet. Die anderen zwei, die standen da schon so... Ich hab mir schon sowas in der Richtung gedacht, wo du da so komisch standest irgendwie. Geh weg. Junge, Junge, Junge. Hau ab in einer Crowbar, Junge. Was soll denn das? Du bist verdächtig. Danny ist verdächtig. Ich bin kein Traitor. Wo ist Danny? Ich bin im Keller. Im Keller? Von wo? Ja, in dem Keller hier. In dem bunten. Jetzt bin ich wieder oben. Flo, wenn Danny Traitor ist, dann bringst du ihn jetzt um. Los. Mach ich. Wo ist er? Im Keller hat er gesagt. Warum nimmst du mir hinterher? Das kann ich auch uns, dass du mir hinterher nimmst. Vielleicht will das sehen. Weg. Verschwinde, sie Lümmel. Bin sie weg. Ja. Danny, mach mal den Traitor-Tester da hinten. Habe ich doch gerade. Ah, okay. Dann könnte es ja nur noch er hier sein. Scheiße. Du hast Schamper auch nicht. Auch mein Nummer. Dann kannst du ja nur noch Sophia sagen. Ah, schön. Das ist nur die Frage, wo hat sie sich versteckt. Sie versteckt sich immer hinterhältig und dann denke ich mir, wow, ich bin tot. Das war wohl nicht getroffen, Sophia. Was? Scheiße, Waffe überhaupt? Da sehe ich auf einmal nur so ein Thomas an mir vorbeifliegen. Denk mir so, ja. Hey. Müsste sein. Ich bin so komisch gelacht. Ich will auch ein Traitor sein. Ja, nee. Ist nicht. Du darfst kein Traitor sein. Du kannst nicht. Ach nee, das ist ein falscher Film. Ja. Traitor sein geht nur an VIPs. Ey. Very important process. Und nicht very important haifisch. Aber ich finde es gut, dass du eins mit der Waffe an der gepasst hast. Ich habe nichts geändert im Vergleich zum letzten Mal. War nichts geändert. Das sagte er und schmiss die Waffe weg. Das kannst du gerne machen, wie du willst. Das kannst du gerne alles haben, wie du willst. Der ist in deinem Traitor-Raum unten. Keine Ahnung. Welcher kleine Sacktreter ist im Keller? Ich weiß es nicht. Ich bin es nicht. Shotgun ist scheiße. Scheiß Shotgun. Na, die schießt zu lang. Wer ist es da? Deswegen habe ich gerade zu laut. Achso. Wer war jetzt im Keller? Ich nicht. Ich mag keinen Keller. Ich mag keinen Keller. Ich mag Züge, aber keinen Keller. Hör mal auf, mich zu schießen. Du machst so Züge, Päler. So einer wie du mag keine Züge. Nein. Ich mag Züge wirklich nicht. Nicht in Ordnung. Ich müsste Sophia gerade töten. Wieso? Weil sie auf mich geschossen hat. Ich habe aber gar nichts schießen in der Hörner. Das macht aber nichts. Es war auf jeden Fall nicht okay, was sie da gemacht hat. Kennst du das Problem? Ich glaube dir nicht. Frag sie doch. Sophia lebt sie noch. Wieder, wenn sie tot ist. Ja, siehste. Ja. Ja, also habe ich doch die Wahrheit erzählt. Oder nicht? Musste sie beseitigen. Glaub dir kein Wort, du kleiner Lübel. Das macht aber nichts. Ja, habt ihr schon gesehen. Komm. Das ist okay. Scheiße. Ernsthaft. Es hätte ja klappen können. Really? Nein. Dann zeig dich. Bist du kackt. Ah, geht doch kaputt. Ich habe nur noch vier. Ich 31. Ja, sie hat ja auch auf mich geschossen. Siehst du? Die Hanna gibt mir recht. Ja, ich habe ja auch gesagt, natürlich warst du im... Ich brauche noch die im Fehler. Die Hauptgrundfläche ist für die Entfernung nicht geeignet. Für welche? Für so dicht? Für alle. Sie ist geeignet für dicht. Aber nicht für... Ja, aber guck, du schießt doch trotzdem viel zu langsam, wenn ich hier so mache. Ja, weil die auf Nahkampf mit vier... Wenn ich so hier mache... Ping, 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 ping. Viel zu stark. Hallo, Erich. Benni? Habt ihr das auch gehört bei Erik? Ich bin wieder mit Kandaten. Jetzt geht's los. Ja, das war wahrscheinlich mein Echo gewesen. Machst du da, ich sehe das genau. Ja, und ich fasste Heidi von hinten an die... Was macht so 400 hier? Das ist noch viel schlimmer. Soltan. Das hebt die Stimmung. Ja, da kommt Freude auf. Das ist okay. Dirk, das ist vollkommen okay. Nö. Damit können wir umgehen. Kein Problem. Okay. Was machst du da in der Ecke? Ich... Was mach ich in der Ecke? Ich guck mich nicht so an. Sieh zu, dass du mit 30 Meter Abstand zu mir hältst, mein Freund. Ja, stillstehen ist auch nicht. Nein. Was war denn jetzt? Jetzt redet er wieder nicht mehr. Jetzt sagt er wieder, dass ich war's, ne? Mein Güte. Absolute Frechheit, ey. Brauchst gar nicht so schwer zu atmen. Ach, das war Dirk. Hallo, Dirk. Das klang gerade so. Flo atmet auch immer schwer. Jetzt sollte er ihn der Freider-Skin nehmen. Ich krieg keine Luft unter der Scheißmaske. Erik tot? Nein. Glaub ich nicht. Achso. Ich spiele mit dem Präsidenten. Mit oder an? Sowohl als auch. Ich zeig, dass er unschuldig ist. Ich glaub auch, Danny ist Traitor. Soll ich Traitor sein? Weil du immer so Traitor-mäßig drauf bist. Ach, ich bin immer Traitor-mäßig drauf. Hören Sie auf! Ich will jetzt einfach sehen. Oh, Mann, ey. Du hast doch nicht mal Verdacht gehabt, du Made. Das war kein Verdacht. Flo war tot. Und du warst mit ihm unterwegs. War ich gar nicht. Habt euch lieb. War ich gar nicht. Sie Arsch. Mann. Wieder meine ganzen Pläne zunichte gemacht. Ich hatte nicht mehr nichts mehr zu tun. Frechheit. Ich töte dich jetzt auch. Immer. Sie Schweinemann. Oh, nee. Dann sind es jetzt schon zwei, die mich immer töten wollen. Was? Ich hab die nicht getötet. Zwei, wer ist denn der Arme? Toll, jetzt hat mich Danny angeschießert. Ja, weil du gemein warst. Wow. Das macht man nicht. Alter, wirst du mich verarschen? Macht der Dirk hier. Der schmeißt wieder mit Granaten. Ja, die da, du Dirk. Die da 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 da. Kommt mir aus, du hast. Ich sehe dich. Oh, ich gehe lieber. Wenn er, wenn ich ihn sehe, dann sieht er mich aus. Ey, du kleiner Lümmel. Du kleiner Lümmel. Du kannst doch nicht stehen bleiben und dann fände ich mal die Harpune aus. Das rüstet, ich bewege. Das geht alles. Kriegst du gerade ein Kind? Eriks Traitor, ja? Er hat es gerade zugegeben. Die gute Idee auf den Schlissen hast du doch gehört. Ja. Eriks hat gerade zugegeben als Traitor. Aha. Ja, ich bin in meinem Blümchenhaus. Das war letztes Mal auch schon toll. Ist das das Blümchenhaus? Das ist gar nicht das Blümchenhaus. Falsch überhaupt? Ja, genau. Wir sind im falschen Haus. Der Teller. Wer bist du? Achso, hi. Siri. Ja, wo auch immer. Ich habe das Spiel nie gespielt. Hey, Siri. Du hast das Spiel nie gespielt. Sauerei, ey. Schäm dich. Stell dich am besten in die dunkle Ecke. Nee, in die. Wie heißt das? Schäm dich, Ecke. Wie sagt man? Stille Treppe, verdammt. So heißt das Ding. Hier sind auf jeden Fall tote Leichen. Gut. Also, wenn hier tote Leichen. Ja, hier sind tote Leichen. Also, das ist der Dirk Traitor. Ich nämlich gerade bei der Sophia vorbeigelaufen bin. In der Zwischenzeit sind die hier gestorben. So, Sophia, mach mal deinen Job. Mein Job? Ja, Dirk, töten. Okay. Ich kann keine Frauen töten. Dann sie ihn als transsexuellen. Sind Sie sicher, dass er... Ja, hier liegen Leichen. Aber du... Es waren zwei Traitor, ihr Säcke. Achso. Es waren zwei Traitor. Warum hast du mich jetzt getötet? Weil du Traitor warst. Du wurdest mir vorhin gerade beim Spawn als Kollege angezeigt. Nee, ich nicht. Ich war innocent. Doch. Nein. Da stand Stöpke, Drehtor. Ich war sowas von Innozentner. Innozentner? Natürlich. Innozentner. Das ist mehr als ein Zentner. Beschützt jetzt den Präsidenten. Möchte sein. Solltest du vielleicht mal ein bisschen... Also, weiß ich nicht, weniger in die Sonne gehen, wenn ich dich so sehe. Warum bin ich braun? Doch, warum stehst du aber nur? Naja, wie soll ich sagen. Also, braun warst du bestimmt mal. Also, du siehst eher wie verbrannt aus. Oh, hatte ich ein anderes Modell. Aber nicht gut. Jetzt erkenne ich dich. Hallo. 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 It's... Hello again. Na, schön. Das hat noch rein. Hallo. Wer singt denn da, Wintergrund? Hallo. Niemand. Keine Ahnung. Das hat niemand eine Absicht zu singen. Niemand hat sich zu singen. Macht ihr jetzt ein Bling Bling? Eigentlich nur ich. Ich drücke jetzt den Knopf, wenn er kaputt geht. Erik macht Bling Bling. Bling Bling, yo. Da hinten läuft Dirk. Dirk, du hast denn jetzt untere... Will da rausklappen. Oh, da ist... Dingens. Danny, hast du gehört, dass ich hier einsam rumstehe und wollte dich anschleichen, ne? Was wollte ich? Warum wollte ich das? Wisst ich doch nicht, warum du das würdest. Vielleicht willst du auch hier töten? Ach, so. Vielleicht willst du hier mich auch töten mit ihren Pistolen. Ich will überhaupt nichts tun. Ich sitze hier und gucke mich. Ich renne im Kreis. Wir bringen doch schon gegenseitig um. Im ewigen Kreis. Du rennst gar nicht im Kreis. Der Kreis ist heiß. Oh, der redet das sonst so viel. Was hast du, was hast du also eine zweite Waffe? Oh. Irgendjemand hat... Oh, was hier, ey. Oh, ne ganz... Hier schliegt ne Hubschrauber. Ähm, ich weiß, dass Dirk vorhin runtergehen wollte. Und dann hat er gesehen, dass ich... Holy shit. Was ist denn hier... Was ist denn hier schon wieder Phase, ey? Oh, leid. Hattest du mit alles kaputt gemacht? Kaputt? Alles kaputt gemacht. Und alles kaputt gemacht? Alles kaputt. So. Alles kaputt nach der Wende, oder was? Ja. Oh, was ist das denn hier? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Was fragst du eigentlich so doof? Oh, du... Dennys Traitor. Bestimmt. Dann bist du auch Traitor. Bestimmt. Dann kann's ja nur Dirk sein, der Traitor ist. Ich bin kein Traitor. Doch. Das sagen sie alle. Das sagen die Traitor immer, wenn sie Traitor sind. Ja, das sagen die Traitor immer. Das sagen die Traitor auch nicht, wenn sie... Das sagen sie auch, wenn sie nicht Traitor sind. So rum. Du hast auf mich geschossen. Du bist also Traitor. Ich? Hol mal zum Flügel. So. Nächste. Das trifft offenbar nicht. Kommst du wieder? Warte. Nein. Ha! Ich komm durch noch. Hör mal auf, ich muss grad die Waffe wechseln. Ach, scheiße. Ein Glück. Ich bin grad überhaupt nicht klargekommen, ey. Ich hab erst mal die Glocke weggeworfen. Das ist die falsche Waffe. Ja, ich hatte die Shotgun auf Distanz, war das scheiße. Aber ich hatte recht, denn ich war Traitor. Ja, ich hatte ja auch recht, dass du Traitor warst. Was hat dir der Teufel gesagt? Nein, die Anzeige, die über deinem Kopf geschwebt ist, dieses rote T. Naja, das war der Teufel. Achso. Demnach bist du der Teufel. Demnach bist du Teufel. Teufel, Teufel, oh, macht die. Dreifache Teufel-Testimonial. Geil. Warum funktioniert das ja alles schon ja nicht? Hallo. Allerher Präsident. Kann ich mir mal meinen Model wechseln? Auf F11. 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 Ja, ach ja, ich bin ja die. Die wollte ich ja bleiben, die ist cool. Oh, shit. Keine Escape drücken. Escape drücken ist doof. Funktioniert. Aber wo ist denn der Rest? Irgendjemand hat dir irgendjemand erschossen. Irgendjemand hat dir irgendjemand erschossen? Ja, ich hab nur, na, gehört. Dann war jemand tot. Ja. Das wäre das, weil ich gerade zu der Zeit. Du ziehst du da raus, dass da jemand tot war? Ah, okay. Na, nicht zu sehen, aber. Geh mal dem Dirkchen da, ja. Das sieht so. Ich fühl mich beobachtet, hör auf. Hallo. Guten Tag. Was ist denn der Rest? Ich glaube, Danny wurde erschossen, also der ist so ruhig. Ja, da muss der tot sein, sonst kriegt er den Tod. Ja. Alles andere kann mich, also den. Ansonsten eine perfide Taktik von ihm. Ja. Der muss tot sein, das würde man hören sonst. Ja. Oh, jemand hat einen Knopf gedrückt. Jemand hat einen Knopf gedrückt, das ist gut. Ja, hier fliege ich was. Boah, hier wird wieder schwer, die Explosionen. Oh, hier fällt alles rum. Ja, es ist bis in den Traitorraum, die Explosionen. Du liegst hier rum. Weißt du was? Die body of Stöpke, wer war denn das? Du, 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 du. Ist das ja nicht? Guten Tag. Guten Tag, steht hier nicht. Hier steht nur, warte. You cannot find the specific cause of this terrorist's death. Steht nichts. Was macht ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich, äh... Hört ihr das nicht bei einem Pizzastand, dieses tolle Keyboard? Ich habe Musik im Hintergrund an. Ich höre hier nichts. Hi Flo. Hallo. Du musst ja jetzt jeder mich sehen darf. Jetzt bin ich weg. Ich weiß, ich bin nicht unsichtbar, aber ich fühle mich so. Wie die kleinen Kinder, wenn sie Verstecken spielen. Ich bin unsichtbar. Oh Gott. Irgendjemand hat was auf mich gemacht. Was tut das? Was tut das? Was tut das? Ich weiß, dass du das warst. Sieh Arsch. Sieh Arsch? Sieh Arsch. Wieder Hinterrücks. Ja, mit Harpune. Ja, das mag sein. Ach, das hat er so gepikst. Das hat gepikst. Deswegen... Das hat so, das hat so Freude-Strahlen in mir ausgelöst. Nee, Quatsch. Das klingt falsch. Was nehme ich denn mal? Oh, hier eine Farmers. Du, die Farmers. Danny Threator. Nein. Sag was? Guten Tag. Ja. Das war gerade das Persönliche, ne? Also, ich muss mich jetzt nicht... Aber sowas von... Nein. Das ist immer persönlich. Wenn Danny hinterher, der rennt wieder weg. Der plant was Böses. Okay, dann geht man Danny, naja. Wo ist Danny? Der ist Danny. 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 Ich frage mich, was er dort gemacht. Sie sind umzingelt. Oh mein Gott. Bleiben sie stehen. Nein. Ich gehe weg. Wer hat geschossen? Und warum? Und auf wen vor allen Dingen? Ich habe auf den Mond geschossen. Hallo. Der Mond erschien. Er schien über Himmel. Wo ist Sophia? Wie gefährlich. In meiner Sicht. Weil du mir immer so nah kommst. Das mag ich nicht. Ich stehe nicht so oft näher. Dann suche ich mir Sophia. Ach du Kuschelbär. Oh. Oh. Hallo. Ja, die ist auch wieder sehr sneaky unterwegs anscheinend. Sneaky Pete. Sneaky Pete? Sneaky Pete. Komm ich hier wieder raus. Alter. Ist er schon wieder hier. Ich bin nicht sneaky. Warum soll ich nicht sneaky sein? Sneaky, sneak. Was höre ich? Das macht mir Angst. Hilfe. Oh, wie shit. Danny? Danny? Das war nur Überprüfung. Ich habe nur Kontrollgang gemacht. Naja. Kontrollgang? Ja, Kontrollgang. Das ist mir zu heikel. Ich habe den Flow gemacht. Das macht auch immer Kontrollgang. Was hat Heike damit zu tun? Keine Ahnung. Ah! Doch, verdammt. Dämliche Treppen. Na, geht doch mal jetzt hier rum. Der verfolgt mich. Das ist irgendwie... Wer hat da gerade den Tester benutzt? Du rennst von mir weg. Das ist auch komisch. Angst vor dir. Wer hat da gerade den Tester benutzt? Ah, der Erich. Wolle ich das wissen? Weil du von da... Danny. Du bist Frator. Sagt wer. Ja, der Thomas, der gerade an mir vorbeigelockt ist. Weswegen bin ich Trater. Du kamst ja von da. So. Du hast Danny umgebracht. Jetzt vertraue ich dir. Warum kann man... Was ist das hier für ein komischer Raum? Kommt man hier auch mal wieder raus? Scheiße. Okay. Bist du im Traterraum eingesperrt? Nein. Weißt du nicht mehr, wo der ist? Ausnahmsweise mal nicht. Das war nicht nett. Ihr immer mit eurem links, rechts, links, rechts. Oh, ich bin so Polyproplayer. Ja, das ist schön. Das finde ich nett, dass dir das auffällt. Ja. Also, ich finde das schon nett, dass dir das auffällt. Ich bin so cordial, dass ich mich hier nicht verletziere. Ich bin so einfach. Ich bin so ein paar Mal. Das ist ein paar Mal. Ja, das ist so, ich bin so, ich bin so weit. Vielen Dank.